Meine Damen und Herren, ich möchte den sudanesischen Ministerpräsidenten Abdallah Hamdok ganz herzlich bei uns begrüßen. Ich freue mich sehr, dass er nicht nur nach München zur Sicherheitskonferenz fährt, sondern auch einen Abstecher hier nach Berlin gemacht hat. Wir wissen ja, dass sich der Sudan in einem historischen Wendeprozess befindet und man kann vielleicht auch sagen, dass er an einem Wendepunkt jetzt steht. Wir haben mit großer Anteilnahme und auch großem Respekt im letzten Jahr mitverfolgt, was das sudanesische Volk gewaltlos und mutig vollbracht hat, ein Unrechtsregime eingestürzt hat und jetzt einen neuen Prozess begonnen hat. Nach drei Jahrzehnten Diktatur konnte unter dem Premierminister Hamdok eine zivile Übergangsregierung gebildet werden, die bis zu den demokratischen Wahlen das Land regieren wird. Wir können uns nur, glaube ich, ansatzweise vorstellen, was es für eine Herkulesaufgabe ist, die politischen und wirtschaftlichen Reformen anzugehen. Genau darüber wollen wir heute sprechen und den Weg Richtung Frieden und Demokratie auch weiter zu ebnen. Ich glaube, die Frauen waren doch mit die treibenden Kräfte in der Umsturzzeit, und deshalb sollten sie auch weiter eine bedeutende Rolle einnehmen. Sie stehen vor riesigen Herausforderungen, vor einer unglaublichen Erblast sozusagen, und sie brauchen Partner, und Deutschland möchte ein solcher Partner sein. Seit 2007 und damit von Beginn an beteiligt sich Deutschland an der VN-Mission UNAMID. Wir sind seit vielen Jahren in den Bereichen Rechtsstaatsförderung und Friedensmediation in Sudan engagiert. Wir leisten humanitäre Hilfe, und unser Deutscher Bundestag, unser Parlament, hat am 13. Februar beschlossen, dass wir jetzt auch wieder Entwicklungszusammenarbeit aufnehmen können. Und wir setzen uns natürlich im Rahmen der informellen Freundesgruppe Friends of Sudan für eine Koordinierung der internationalen Unterstützungsbemühungen ein. Und wir sagen, dass natürlich die Regierung selbst auch den Prozess treiben muss, aber das tun sie ja auch. Es ist eine sehr, sehr schwerwiegende wirtschaftliche Situation. Die Menschen warten auf Erfolge, wahrscheinlich auch auf schnelle Erfolge, sind sehr unduldsam. Und deshalb möchten wir alles tun, damit dieses historische Zeitfenster auch genutzt werden kann. Und wir werden Sudan mit allem, was wir können, mit unseren Partnern zusammen unterstützen. Der Bundesaußenminister war bereits im Sudan. Der Bundespräsident wird dorthin fahren. Und insofern zeigen wir durch diese Abfolge auch, dass uns das Schicksal Ihres Landes wirklich am Herzen liegt. Und wir nach Kräften sie unterstützen möchten. Herzlich willkommen hier in Berlin. Herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin Exzellenz. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, heute Nachmittag. Unser Besuch in Deutschland hätte nicht zu einem besseren Zeitpunkt stattfinden können. Wir sind ja heute hierher gekommen, einen Tag, nachdem das Parlament den Beschluss gefasst hat, ein Gesetz, das seit 30 Jahren bestand, zurückzunehmen, zu nehmen, das Ihnen nicht gestattete, meinem Land Entwicklungszusammenarbeit anzubieten und Hilfe in diesem Bereich zu geben. Ich darf mich ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie uns all diese Jahre, meinem Volk all diese Jahre, so viel Unterstützung haben angedeihen lassen. Und das hat uns in 1998 hier sich im Land vollzogen hat. Dann erinnert einen das daran, ein friedlicher Kampf, der zu dem geführt hat, was wir heute hier in Deutschland erleben dürfen, ein vereinigtes Deutschland unter rechtsstaatlicher Gegebenheiten, das ein starkes Land ist. Herzlichen Dank, dass Sie uns den Weg gewiesen haben. Sie wissen, die Veränderungen in Südsudan sind sehr tiefgreifende Veränderungen. Sie umfassen das gesamte Land. Aber wir sind so stolz zu sehen, dass unsere Frauen sozusagen vorne den Weg bereitet haben. Als wir die Regierung ernannt haben, haben wir dafür gesorgt, dass Frauen von Anfang an in einflussreichen Positionen sitzen. Wir haben die erste weibliche Außenministerin und viele andere Minister. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Das ist gerecht, das ist auch verdient, dass die Frauen in dieser Weise repräsentiert sind. Ich möchte jetzt nicht so tun, als wäre alles in Ordnung, als wäre das eine sozusagen bereits perfekte Situation. Keineswegs. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass wir so weitermachen. Wir verlassen uns auch natürlich auf die Hilfe und Unterstützung unserer Freunde und Partner hier in Deutschland. Und natürlich werden wir auch den Erwartungen unserer Bevölkerung gerecht werden wollen. Der Friedensprozess geht gut voran. Und wir sind sehr dankbar, dass Deutschland uns in den Jahren auch unterstützt hat, unsere Bevölkerung unterstützt hat, die Wirtschaft unterstützt hat. Exzellenz, Sie haben völlig recht. Die Wirtschaft ist eine große Herausforderung für uns. Wir haben da Riesenprobleme, die wir auch langfristig angehen müssen. Aber ich möchte Folgendes sagen. Sudan ist ja an einem strategischen Punkt gelegen, mitten in der Sahelzone, wo sich alle Probleme sozusagen bündeln in unserer Region. Sie sind mit diesen Problemen bekannt. Und wenn wir in Sudan hier eine Lösung finden, dann denke ich, wird das auch für andere eine gute Wirkung haben, wird sich auf die ganze Region positiv auswirken. Und mit dieser strategischen Ausrichtung, auf diese wollen wir uns konzentrieren. Und wenn es uns gelingt, in Sudan die Dinge auf den richtigen Weg zu bringen, dann denke ich, werden wir schon auch so etwas wie eine Erfolgsgeschichte schreiben können. Ich denke, dass wir alle Zutaten, die man dafür braucht, in der Hand haben. Wir haben eine hervorragende Verbindung auch schaffen können zwischen dem Militär und der Zivilbevölkerung. Das brauchen wir ja auch. Und ich denke, das werden wir auch erreichen können. Vielen Dank, dass Sie uns heute hier willkommen heißen. Wir hoffen, dass wir unsere Beziehung, die Beziehung zwischen den beiden Nationen wiederbeleben können und wieder weiter vorantreiben und befördern können. Vielen Dank. Vielen Dank.